Halt, bevor ich's vergesse, hier die Themen unserer nächsten Sendung. Ole Miss, John Glenn, Liston, Beats, Addison, Pro Paul, now the next, British politician sucks, JFK, blown away, what else do I have to say? Sein Name ist... Bigger, also Heinz. Darf ich vielleicht auch was trinken? Und was soll das dann kosten? 20 Mark. Du brauchst jetzt nicht gleich die ganze Flasche zu trinken. Seien Sie dabei, wenn es wieder heißt... Gefort! Heinz Becker in der Bar, Dienstag, 21 Uhr 5. Eine neue Folge unserer Sketch-Reihe Harald und Eddie. Eine neue Folge unserer Sketch-Reihe Harald und Eddie. Harald und Eddie! Sehen Sie jetzt, liebe Zuschauer, den zweiten Teil unseres Justiz-Krimis, der Mann mit der Maske. Wird es möglich sein, den Täter, der die ganze Stadt mit einer Serie von Vergewaltigungen in Atem hält, seine Verbrechen zu überführen und zu bestrafen? Was ist das, liebe Zuschauer, den zweiten Teil unseres Justiz-Krimis, der Mann mit 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 Bis zum nächsten Mal.